Hallo, ihr Lieben. Wir kommen gerade aus dem Gespräch mit Jörg Vormann und es war ein sehr vielseitiges, tiefgründiges und spannendes Interview. Und Jörg, was erwartet die Teilnehmer hier beim Gelassenheitskongress und in diesem Interview? Ja, schön, dass ihr dabei seid und dass du dich interessierst. Also, dich erwartet hier vor allen Dingen ein großer, bunter Blumenstrauß voller kreativer Impulse für deinen ganz eigenen, persönlichen Weg. Und es ist nur dein Weg, den kann dir auch keiner dieser Experten hier sagen. Es geht darum, mehr Stimmigkeit, mehr Durchfluss, auch im Sinne von Spiritualität zu eröffnen und deine Kapazitäten zu nutzen, also auch deine Gehirnkapazitäten zu nutzen und einfach mehr In- und Output möglich zu machen auf allen Ebenen deines Seins. Das ist ein Weg, den dir niemand vorschreiben kann. Das kann ich auch nicht, aber vielleicht ist mein eigener Weg durch diese Unterwelt für dich auch eine Inspiration, das zu tun. Und das wünsche ich dir einfach und dabei wünsche ich dir viel Freude. Jo, schaltet rein, wir freuen uns auf euch. 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 Vielen Dank.